So, guten Morgen. Also, wir fangen an mit unserem Töpferkurs online. Ich habe das noch nie gemacht, insofern bitte verzeiht, wenn das alles nachher total schräg wird. Aber ich will euch einfach Schritt für Schritt durch ein paar Sachen führen, damit ihr das sozusagen dann zu Hause mit nachmachen könnt. Ihr habt theoretisch einen Ton gekriegt, so kommt ihr meistens irgendwie in den Plastikbeutel. Und als erstes werden wir diesen Ton kneten und so ein bisschen aufbereiten, dass man damit arbeiten kann. Also, Tüte aufschneiden und sich ein kleines Stückchen davon abschneiden. Das hier ist ein sogenannter Töpferdraht. Man kann jede Art von Faden nehmen, um den Ton durchzuschneiden. Wenn der Ton bei euch ankommt, meistens liegt er jetzt schon ein, zwei Jahre in so einem Beutel rum. Das heißt, er ist außen ziemlich hart, innen noch weicher. Und das Erste, was man machen muss, ist diese Masse sozusagen zu homogenisieren und reich zu kriegen. Man macht zwei Sachen. Einmal klopft man das einfach auf den Tisch. Das bringt sozusagen die Sache in Bewegung. Man merkt dann sofort, der Ton wird weicher. Und das Zweite ist das Kneten. Und das ist eigentlich das Wichtigste beim Töpfern, das Kneten. Ich mache mal vor, mal langsam die Bewegung. Man greift den Ton. Man tut mit dem Handballen einen Abdruck machen, holt ab, holt es mit der gleichen Bewegung wieder hoch, greift neu, macht wieder einen Abdruck. Und nicht zu stark. Man will sozusagen keine Hohlräume reinarbeiten, sondern Luft rausarbeiten. Man nennt diese Methode Stierkopfkneten. Ich zeige euch warum. Oft macht man es so ein bisschen so. Und dann entsteht ganz schnell so eine Art von Stierkopfform. Wenn man es richtig macht, packt man diesen Stier immer an den Hörnern. Und drückt mit dem Handballen so ein bisschen die Augenhüllen rein. So, nochmal so. Und dann sieht es eher aus wie so eine Art von Donald Duck. Braucht ein bisschen Übung, aber ist eigentlich eine ganz simple Vorwärts- und Rückwärtsbewegung. Durch dieses Kneten tue ich den Ton ordnen. Gleichzeitig schichte ich ihn im Kreise und Luftblasen, die noch drin sind, können sozusagen rauskommen, können ihn gleichen. Wenn ich das Gefühl habe, es ist genug geknetet, dann kann ich das Ganze sozusagen immer in eine kleinere Bewegung machen, bis ich so eine Art von einer Rolle habe, die ich dann ein bisschen zurechtklopfe. Und das ist jetzt meine Ausgangslage. Wichtig, es geht darum, Luft rauszukneten, deswegen darf ich jetzt keine Löcher reinmachen, ich darf nicht mit meinen Fingern irgendwelche Hohlräume schaffen. Und ich darf auch den Ton nie zusammenfalten, sonst muss ich wieder von vorne anfangen. Wenn man knetet und man merkt, irgendwann wird es zu lang, dann kann man das Ganze einfach senkrecht machen und nochmal von vorne anfangen. Nehmt so viel Ton, wie ihr gut handhaben könnt. Nicht zu wenig, weil man sonst immer mit den Fingerspitzen sozusagen auf dem Stein oder auf der Holzplatte arbeitet. Also es sollte schon ein bisschen Masse da sein. Vielleicht noch ein Wort zu dem Tisch, den man hat. Am besten ist es, man hat eine schwere Steinplatte oder aber man hat einen unlackierten Holztisch. Je schwerer und unbeweglicher das Teil ist, desto besser, weil man sonst ständig den Tisch durch die Gegend schiebt beim Kneten. Das hier sind so richtige Gehwegplatten auf einem Holztisch. Das ist so stabil, dass ich hier wirklich jede Menge Ton kleben kann, ohne dass es sich großartig verschiebt. Man muss, wenn ihr jetzt zu Hause arbeitet, vermutlich irgendwelche Kompromisse schließen. Sucht was stabil ist, was möglichst nicht lackiert ist, sonst klebt euch der Ton nur auf dem Tisch fest. Aber gleichzeitig darf es halt auch nicht beweglich sein. Also eine Holzplatte auf dem Tisch selber wird, nicht viel nützen, weil die euch ständig wegrutschen wird. So, Kneten. Das wäre das Kneten. Ich mache noch folgendes am Schluss. Wenn ich so ein, nennen wir es mal Brot, habe, dann kann ich sozusagen von diesem Brot mit einer einfachen Bewegung gleichmäßige Kugeln wegmachen. Die ich jetzt in der Hand zu schönen Kugeln forme. So, bitte die Kugel in der Hand formen. Nicht auf dem Tisch, sondern in der Hand wie ein Schneeball. Je schöner die Kugel ist, desto gleichmäßig werden nachher auch eure Gefäße. So, ein bisschen zurecht machen. Wenn Risse drin sind, kann man die einfach ein bisschen überstreichen. Je schneller man das Kneten und das Herrichten macht, desto feuchter bleibt der Ton, desto besser kann man nachher noch Gefäße arbeiten. Wenn man zu lange braucht beim Kneten und zu lange beim Kugeln machen, dann sind nachher die Kugeln schon so hart, allein durch das Formen, dass die Schale, die man formt oder die Tasse, schon anfängt zu reißen beim Öffnen. Deswegen, dieser Prozess schnell und konzentriert machen. Notfalls ruhig auch mal zwischendrin ein bisschen Wasser nehmen und die Kugel ein bisschen nass machen. So, okay, das wäre jetzt Nummer 1 gewesen.